willkommen zur 26 folge castorio 2 ja guck mal anzerbrechende antimaterie aber ich würde ganz gern was ist das Pistole magazin aber ich brauche hier dieses andere magazin scharfschlussengewehr gibt es noch nicht gut also wir müssen da unten auf alle fälle ob ich ihn noch höher kriegen und und Amen. Wir müssen das Radar bekommen, damit es hier weiter geht. Gas, ja gut, erweiterte Schaltkreise Schäfsäure. Ich meine, wir haben hier unten Öl. Auto. Auto macht das gleiche. So, wir kommen da oben nicht ran. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Öl. Und wir brauchen Gewehrmunition. Und wir brauchen Gewehrmunition. Jetzt haben wir keine blaue Klickern oder was. Was brauchen wir dafür noch? Ein paar Eisenplatten. So, Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen hier unten aber noch... ...Stahl irgendwie hin. Oh, das ist doch oben. Das ist aber... ... ... ... ... Du. stahl mitnehmen 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 hier lang hier ich kann sie sind hier an kieran 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 auch weg das ding muss auch weg das wissen sagt Meine Güte, die Nervensäcke da oben. Ja, ist ja gut. Was macht er kaputt? Hört auf! Hört auf! So, dann brauchen wir jetzt hier oben wieder Strom. Gar nichts von denen. Und zwei, drei, vier Klick-Armer. Klick, 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 klick. So, dann brauchen wir deutlich mehr Tools. Ich brauche mal sechsmal den hier, das heißt, wir müssen schneiden. Die können wir uns von hier klicken. Okay. 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 Ziegelsteine. Ziegelsteine. Ziegel, 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 Ziegelsteine waren hier unten irgendwo. So, was wäre das Problem hier? Das ist ja gut. Das ist ja gut. Gibt es ja gut. Gibt es hier Einstellungen? Ja. 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 Wie kriegen wir das Tor am besten weg? Ja, aber wie kommen wir jetzt nicht mit 137 Mann Schüssen hin? 1 zu 3, 1 zu 3. Wir machen ganz oft Stahlbrechen. So, jetzt viere das Tor am besten weg. Ich habe es tauschen und dann noch in der Mitte filme und sehe ich nochmal mal! So, arbeite das mal durch. Ich denke mal, damit sollten wir hinkommen. Wenn wir zu oben so einen kleinen Rückszugspunkt bauen. So, springen da noch einen drauf. Ich hätte vielleicht noch Dings mitnehmen sollen. So, springen da noch einen drauf. Jau. Kaputt. Kaputt. Warum ist noch einer? Kaputt. Na komm, ja. So, um das weg. Jetzt haben wir hier noch einen tollen Schleim-Sommler. Nehmen wir das weg auch mit. Ja, genau. Wie viele Viecher kommen denn hier an? So, 26, 27 für alle. Würde sich schon fast anbieten, hier oben zuzumachen. Also müsste ich die Munition hier hochbringen. Das würde wahrscheinlich wieder massenhaft an Dings kosten. So, lass uns nochmal den Stacks Schienen holen. So, dann kannst du da nochmal ein bisschen weiter arbeiten. Dann arbeiten wir nochmal an unserem Loop hinter unten. Dann könnten wir den, glaube ich, schon mal so. 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 Hier rüber, die Simternels da noch sitzen, die Strommästen vernünftig anpassen. Die Strommästen vernünftig anpassen. Das hier auch noch mal fertig machen. Das hier alles weg, das hier alles weg, das hier alles weg. Also komm, schieß raus mit dem ganzen Kram hier. Alles weg. So sind auch da jetzt die beiden noch. So, danke. Gut, das haben wir jetzt. So, das ist alles erledigt. Das ist alles weg. Los, schauen wir mal schneller hier. Ich hab hier noch drei Plätze frei. Also von daher ist eh gleich vorbei hier wieder. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Den ganzen Kram hier einsammeln. Noch drei Plätze immer noch. Geht das ein bisschen schneller hier. Oh, warte mal. Ich kann auch die Reach Distanz hier verwenden. Kann Holz nicht einführen. Geht doch eh nicht. Geht doch eh nicht. Hör auf. Geht doch eh keinen. Einen habe ich noch frei bekommen. Zwei noch. Aber die sammle ich dann ein beim Umgehen, beim Rückweg. Einen weg, Einen weg, Einen weg. Einen weg, Einen weg, Einen weg, Einen weg, Einen weg, Einen weg. Gut, so. Loswerden von Holz. Es soll sein. Wunderbar. Er ist ein 10er-Forschung, ne? Nein, der 15er. Der 15er ist hier relativ zügig vorbei. Die nächste Forschung ist eine 10er. Noch eine 10er, noch eine 10er. Und dann haben wir eine 15er. Und dann haben wir eine 45er. Okay, 45er ist sehr gut. So, das haben wir. Das heißt, theoretisch bräuchten wir jetzt. Den ganzen Scheiß brauchen wir eigentlich nicht. Steine brauchen wir jetzt. Ich muss hier mal irgendwo. So, du hast jetzt da definitiv keine Steine mehr drin. 107 hängt eine Steine. Wir brauchen hier mehr Scheine. Reichen 300? Ich denke eher nicht. Jetzt. 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 Dann. Jetzt. Das geht noch. 681 müssen wir 600 haben wir erst wir brauchen 1.600 zack und die drei weg und dann haben wir den dann können wir da weiter ausbauen so die hälfte haben wir bis oben links muss ich ausbauen Holz, 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 Holz. So, Holz, 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 ich mache den Bereich jetzt hier noch ganz kurz fertig und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.